So Leute, kurzes Sport-Update bei mir nach der Fitness-Challenge. Ich habe eine Schulterverletzung, das zieht sich, ich darf keinen Push-Day machen, super nervig. Da wurden Leberflecken weggenommen, das ist zu genäht, ich darf nicht schwitzen. Das heißt, da darf ich doppelt keinen Sport machen. War heute aber trotzdem beim Sport, hatte einen richtig schönen Pull-Day, habe aufgepasst, nicht zu sehr zu schwitzen. Und dabei unterstützt mich ganz toll mein Partner ESN. Das ist eine sehr coole Repart-Aktion, da könnt ihr euch gerne gönnen. 25% auf Food und vegane Produkte. Und es gibt einen Restock bei den Designer-Bars und das coolste 50% auf alle Proben. Da könnt ihr euch sehr gerne mal durch die Iso-Clears durchprobieren. Das ist mein absolutes Lieblingsprodukt, die haben ja mittlerweile richtig viele Geschmacksrichtungen. Ich habe auch einmal alles durchprobiert, dass ihr jetzt weiß, was meine Favorites sind. Testet euch da gerne durch. Mit dem Code Trimax könnt ihr die 50% sparen und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen und viel Spaß beim Sport. Aber welche Games zocken wir denn? Also ich habe aber Ely mitgemacht und dann hat Ely seine besten 20 Games gespielt und ich habe alle 20 Games verloren. Romatra ist stark, lass dir nichts von Max sagen. Der ist schon ein guter Gamer. Gibt es ein Game, wo du gut bist, Max? Ja. Welches? Mach mal A-Ram-Zeichen 2 rein. Die ganzen Mobile Games machen zu, war nicht zu Clash Royale. Ohne Geld. Ja, Turnierstandard. Alles Level 9 oder Level 11 Turnierstandard, Clash Royale. Oder Clash of Clans Turnierstandard. Easy. Faktorio. Faktorio, Digger. Oh mein Gott, ich bin Rocket League, Digger. Oh, geil. Oh mein Gott, ich bin Rocket League. Ey, Romatra, ich hoffe, du kannst das, ne? Ja, ich mache auf. Ja, ist die los. Geht los, wir sind bereit. Ja, ja, ja. Laten, Sepp, machen wir hier mit Torwart oder was? Ist hier los? Nee, ja, also dich Torwart, aber lass dich beide committen. Weißt du, dass immer alle... Ja, ja, ich check, ich check. Warum in unsere Richtung, Max? Weil ich dich ingame höre. Schön, Felix, schön. Rein, rein, rein. Ich geh ran, ich geh ran. Nein, ich wurde gerammt. Hast du, hast du, hast du? Warum? Ja! Let's go! War kein Eigentor. Wie, das war kein Eigentor? In Pfosten. Guck, 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 guck. Guck, guck, guck. Da ist Clash noch nach links. Er war schon Richtung Tor unterwegs. Siehst du das? Wenn du ihn da nicht schließt, habe ich ihn. Wenn du ihn da nicht schließt, habe ich ihn. Schöner Flug, Romatra. Oh mein Gott. Alter, fass. Oh mein Gott, das war so knapp, bro. Wie, wie hast du das gemacht? Okay. Ich fass es nicht. Nein, fuck, ich hab verkehrt, sorry. Felix, bitte. Felix, nein. Romatra, tötet mich. Ja! Das ist richtig. Oh mein Gott. Digger, du hattest deinen Job, Felix. Ich hab ihn zu krass abgedrängt. Ich kann dieses Spiel nicht. Ich kann dieses Spiel nicht. Bro, Kevin, wie gut du bist, ist lächerlich. Weißt du das? Ich bin richtig pissed. Hörst du mich? Ich fahr, ich fahr. Hap. Hap, ha, kam ab. Ja! Let's go, Digger, schön. Oh mein Gott. Alter, weil man gut in dem Spiel ist, muss man ja der geilste Ficker der Welt sein. Wir müssen uns Lassi-Spiel erst mal lange unterhalten. Okay, ich hab's vielleicht doch nicht. Oh, ich hab's übergeinted, sorry. My bad, my bad. Oh, sauber, Romatra! Ja, fuck, 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 fuck. Fuck, alter. Ich hab todesgeinted, my bad. Scheiße. Jurassic Park hast du als Banner. Du fährst, du fährst, du fährst. Ich fahr, ich fahr. Du musst komplett mit Boost durchfahren, ne? Komplett mit Boost durchfahren. Ja, schön, Bro. Ja, ich war zuerst dran, aber geil. Wieder ist aber dran, wieder ist aber dran. Ja, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Oh nein, das war kacke zu mir. Ja, ist, ist, ist. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, Felix, ja! Oh nein! 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 Oh mein Gott, ich hab so viel gebraucht. Jetzt ran, jetzt aber ran! Ich hab keine Boost. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wieder darfst du's nicht haben. Schön, Felix, ja! Felix, kannst du verlängern? Max, bitte! Ja, oh mein Gott, du bist gemein! Lass mich einfach fallen, Eifern. Okay, let's go, Eifern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schön. Boah. Ich bin wirklich extrem kacke in Rocket League. Halt deine Fresse! Halt's Maul! Halt's Maul! Dass Wieland gesagt hat, er ist der beste Schöner. Halt dein Maul! Du hast uns, du fickst uns in allen acht Games und jetzt bist du noch scheiße gut in Rocket League. Du hast alles geklärt, jeden Schuss. Das ist respektlos. Ihr müsst bereit machen, müsst ihr bereit machen. Ist der sauer, Tigger. Also wirklich, ich bin kurz davor, die 2 gegen 2. Das einzige Game, wo wir hätten gewinnen können, weil Romatra das kann. Ich dachte, ein Game. Nein, wir machen Bio 3. Kevin und Basti hatten schon zwei Rocket League Phasen. Mhm. Tja, du hattest Rocket League Phasen. Du warst Grandmaster und hast mit fünf Grandmasters gewinnen. Ich habe den Ball nicht berührt, das waren die gleichen Games wie jetzt. Ich kann nichts dafür, dass du dich in jedem Game scheiße hochcarryen lässt, anstatt die Scheiße zu lernen, okay? Dafür kann ich nichts. Goal with your friends um drei Punkte. Ich werde verschwinden, ich werde untertauchen. Ich setze mich ab ins Ausland. Wir zocken mit Kollision zufällige Map, let's go. Kollision ist doch wieder, dass ihr mich die ganze Zeit nur hart fickt, oder nicht? Richtig, 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 richtig. Ja, aber das ist meistens ernst nicht so smart. Wie, dann machen wir mit Discord oder ohne? Wir werden es mit Eier lecken, Alter. Ja, das ist mit Eier lecken, Kevin. Was ist Discord, was ist Discord? Ja, so haben wir schon mal zwei gegen zwei gegen vier. Wir haben richtig getrunken. Oh mein Gott, mach's halt in eins. Mach's halt in eins. Schränk dich mal mehr an, Kevin. Du kennst das doch ja alles. Lock in, lock in, lock in. Ich spiel das zum ersten Mal ja wohl. Lock in, lock in, lock in. Oh mein Gott. Irgendwer hat mich rübergezogen. Nein, Kevin, Kevin. Das ist nicht schlimm, wir haben alle zwei. Wenn ich drei hab und du hast drei. Ja, ja, aber das ist ja Durchschnitt dann 2,5 und dann wird's abgerundet. Kevin, wir haben verloren. Äh. Also ich hab nicht schon mal gespielt, aber einmal oder so. Ich kenn die jetzt nicht wirklich. Oh mein Gott, geil. Oh mein Gott, geil, so wichtig. Oh mein Gott, nein. Nein, oh mein Gott, nein, so scheiße. Oh nein. Ich lass dich vor, Kevin, ja? Ja. Wir müssen halt auf jeden aufpassen. Oh mein Gott, es war so knapp. Waaat? Ich wurde gefickt, Digga. Ich probier's, ich probier's. Lass mich vor. Kevin hat wieder fünfmal gespielt, Alter. Oh mein Gott, nein, ich suck so hart gerade. 10.000 Stunden in Golf with your friends. Ja. Boah, ich hasse diese. Ja, es ist so krass, ne? Kevin, Kevin, bitte, bitte, guck mal. Denk doch mal nach, was du da gerade machst. Oh. Der ist so kacke, in Videospielen, das ist der Hammer. Oh. Oh, Digi, sorry. Kevin gewinnt das nächste Gotti. Sorry. Warum bist du ne Taube? Leider, dass du Skins hast. Oder jeder hat die Skins. Das ist kein Skin, den man hat. Ich bin, ich bin ein bisschen nervös gerade. Wer hat das Skins gewonnen? Wir sind die Hot Air Hitters. Wenn wir sechs haben, sind wir besser. Ja, genau. Je weniger, desto besser. Boah, hast du aber auch recht. Also, Lila, jetzt mal abgesehen von unserer Competition, tote Maps. Ja, ist ne anstehende Map. Wo, wohin, wohin, wohin? Wo nie ein Schnee bin. Ey, 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 du musst dich, du musst dich den Looping nehmen, Bro. Geh zwischen den Loopings lang. Ja, Mann, dieser Gottverfickte Hurensohn, Fisch. Schön. Und jetzt muss Max richtig reinscheißen, dann haben wir es. Fick dich jetzt, die uns war richtig reingemacht. Er hat direkt reingemacht. Das war's, das war's. Das könnte over sein. Nein, 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 nein. Was wollt ihr von mir, Junge? Ja, macht Sinn. Also, wer das programmiert hat, den will ich finden. Machst du so drei drin, machst du es besser als ich. Jetzt musst du volle Kanne rein. Ist es pro Loch, dass ein Team einen Punkt geht, oder gibt es insgesamte Differenz? Insgesamte Differenz hier am Ende. Guck mal, du machst jetzt neun Schläge. Start. Oder zehn, ich hab vier gebraucht. Das heißt, der Mittelwert wird durch, also, die werden zusammen. Genau, wir kriegen sieben. Und rechts ist der gesamte Punktestand. Genau, und wenn wir ein Träger sind, gewinnen wir. Und das sieht gerade so danach aus, tatsächlich. Weißt du, aber wir dürfen uns jetzt nicht brechen lassen. Es geht ja noch weiter. Das ist nämlich ganz wichtig. Ey, aber wer hat mich gerade gerammt, den muss ich leider umbringen in Minecraft Hardcore. Das macht ja gar keinen Sinn hier gerade. Ich glaube, ich icke. Na gut. Problem ist, ich gehe halt insolvent, wenn ich die 20 Subs giften muss. Mann, Digga. Stell ich erst mal. Ich muss halt direkt nach Dubai auswandern. Okay, das ist crazy. So, Leute, die Testruhe ist over. Dann starten wir jetzt in die Richtige. Wow. 13 Stege mehr. GG, Digga. Kann man sehen, wer von euch so beschissen war? Ja, ich. Das sind halt beide tatsächlich. Ja, ihr könnt aufs Spieler gehen, ihr könnt aufs Spieler gehen. Genau, wenn du unten aufs Spieler gehen kannst, dann siehst du den. Boah, Bih, dann hat Tracy gut gespielt. Holy shit. Siebt sich. All right, GG, alte 4, raus aus der Scheiße. Ich war der schlechteste tatsächlich. Raus aus der Scheiße, Digga. Okay, das nächste Game, was wir spielen, ist... Nee, Counter-Strike darf noch nicht kommen. Das brauchen wir spielen. Ich hab das Gefühl, du manipulierst das auch. Nein, nein, es ist Counter-Strike. Fuck! Können wir einfach aufgeben? Ich würde es jetzt hier einfach anmelden, dass ihr die Punkte einfach kriegt und wir ins nächste Game weitergehen. Nein, wir spielen das. Wie gut ist Philo in Counter-Strike? Sehr gut. Nicht so gut. Also das ist ja... So ein Gelase, so eine Gelaberte ist Scheiße, Alter. Philo hat über 4000 Stunden und Kevin hat auch über 1000. Ja. Ich hab... Oh, 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 hört mal zu, hört mal zu. Hier sieht man meine Spielzeit. Wollt ihr sie hören? 6,8 Stunden. Leute, aber jetzt... Also bei aller Liebe. Wir sind vorher 2 Stunden die Spielliste durchgegangen. Echt nicht? Ich denke, Philo kann kein Counter-Strike. Jetzt erfahr ich. Er hat 4000 Stunden. Bro, also bei aller Liebe, dann frag doch, Digga. Jetzt erfahr ich. Das ist barbarisch. Digga, also bei aller Liebe, Leute. Ich denke, er kann das auch nicht. Du hast mal ein bisschen gespielt und Felix hat es noch nie gespielt. Und er hat sich ja packen wir Counter-Strike rauf. Ich würde sagen, also Inferno oder Overwatch. Ja, ja, ich kenne Inferno. Ja, ja, nur mal. Lass uns das machen. Okay, okay. Wer hat die Bombe oder du? Du bist tot. Ja, das ist Eko. Counter-Terrorist win. Findest du das? Ja, wir müssen das jetzt 5 Runden machen, dann ist das Ding over. Wie viel Geld müsst ihr dir geben? 200 Euro dafür? Ja, 200 Euro kriegen wir dafür, dass wir uns jetzt hier ficken lassen. Jetzt finde ich echt beeindruckend. Echt, ich bin heilige Scheiße. Ich sehe sie nicht. Ich kann sie alle nicht sehen. Oben, irgendwo oben. 200 Euro. 200 Euro dafür, ja. Hat einen. Oh. Tot. Wo? Hinten bei denen. Oh, ich sehe ihn nicht. Du musst die Bombe holen, oder? Ja, ja. Ich habe die Bombe. Der hat dir eine Granate in den Kopf geworfen, Digga. Das hat sich nicht gespeckt, ne? Dass er dich direkt abgeworfen hat. Ja. Ja, da kann ich nichts machen, Alter. Er weiß halt. Oh, ein Kratzer. Asja. Wir haben gewonnen. Junge, wer kickt, der fickt, Alter. Wir haben gewonnen. Ja, 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 wir haben gewonnen. Wir behalten unsere Waffen. Das macht ja übel viel Geld. Oh, die Trouch schießt mir in den Kopf. Jetzt müssen wir verteidigen. Ja, ja. Aber dann ist es geschafft, ne? Dann ist es geschafft, ja, dann sind wir durch. Ja, oh, sehr gut. Die Wichser schießen nicht. Die entschärfe ich. Oder? Vier, ich weiß es nicht. Boah, ich weiß nicht, wenn man den entschärft, Max. Hey, hey, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich habe keinen Schuss getroffen auf Kilo. Das war es schon. Ja, wir sind durch. Sauber. Trimax ist halt wirklich insane, ne? Ich schwöre euch, zwei Wochen rein. Auf jeden Fall. Wir spielen das nächste Game um fünf Punkte und es ist... Es ist... Bomb-Party. Dieses Game mit den Silben. Ich call jetzt schon, keiner darf mich flamen. Ich kriege es nicht hin. Inf? Ach, was? Find ich auch hart, weiß ich auch nicht. Inf. Ah, Inf. 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 Digga, Scream. Hey. Inf, Digga. Digga, ich bin wirklich zwölf. Das ist crazy. Inzählt nicht. Das ist... Wieso nicht, wieso nicht? Geil. Äh... GKD, Bro? Gefickt, Alter. Gefickt. Was ist das? Keine Ahnung, Bro. Was macht man damit? Was? Oh mein Gott, Digga. Crazy. Crazy. Schreib Sippy. Sippy. Fack mich doch in den Arsch, Digga. Wie will die Zeit? Also bei mir ist ein B, ein W, ein M und ein P halt. Fotze geht? Ja, Fotze geht. Hä, ich hatte keine Zeit. Ja, man, also, ja, das wird immer schneller. Ach so. Geil, ich könnte immer parken. Boah, ich kriege vielleicht ein Leben zurück, Felix, wenn alles gelaufen ist. Und weiter geht nicht doppelt, ne? Mann, ich hab's nicht schnell gut geschrieben. Sinn, fanden wir schon. Was war das? Oh mein Gott, Digga, mir fehlen noch zwei Buchstaben, ich kriege ein Leben zurück, Felix. Ja, ich geh da nicht. Geil, ich geh nicht. Hau in, Digga, ist krass. Ey, ich kann nicht sehr gut schreiben. Wie viel noch ein Buchstabe, Felix, dann hab ich's. Wenn ich noch ein Buchstabe verkriege ein Leben zurück. Ich weiß, dass ich W und V benutzen soll, aber wenn ich nicht kann. Oh mein Gott, Digga, was intensiv, ist doch ein Wort, oder bin ich dumm? Aber intensiv ist doch ein Wort, Digga, ein Tänz auf. Oh, what trick you want. Oh mein Gott. Oh mein, Digga, crazy, Felix. Bro, du hättest einfach abdrücken müssen. Nee, geht nicht, Engel hatten wir schon. Achso. Keine Ahnung, Mann. Engeln? Keine Ahnung. Engeln? Engeln. Das war verrückt, wie das. Oh mein Gott, Felix, 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 das ist wie gut das. Zählt nicht. Fokus, 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 Fokus. So. Stoff. Stoff. Digga, Kampfdelegenten. Digga, dafür, dass Max wieder Ansprache gehalten hat, ist ja echt gut. Ist echt so. Ja, oder? Mann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, Digga. Ich habe keins, ich habe keins. Oh mein Gott, das kann es gewesen sein. Reanimieren. Oh mein Gott, crazy, crazy. Schön. Was ist das? Oh mein Gott, LTE ist crazy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott, Bro. Oh mein Gott. Holy shit. Digga, Felix, du hast so rasiert, oh mein Gott. Digga, ich habe... Digga, GG. Alter, Max ist überkrass in dem Spiel. Max war mega gut, warum... Also, what the fuck, du hast ja einfach die Leute in der Schule verarscht. Bro, ich hatte I und habe I eingegeben. Ja, ist doch okay. Ist doch worth it. Reicht doch, reicht doch. Oh ja? Wie steht es gerade? Wie steht es gerade? Elf, vier. Elf zu vier. Für uns. Und das nächste Game bringt sechs Punkte, wenn ich richtig gerechnet habe. Stimmt das? Alright. Das nächste Game, was wir spielen, um sechs Punkte ist... Oh mein Gott, das ist League of Legends. Ab wann haben wir verloren? Oh, das ist aber schlecht für uns, dass das so früh kommt. Es ist League of Legends. Oh mein Gott. Einen LOL. Ist das dein Account? Ja. Du bist Level 106. Ja, keine Ahnung, was das heißt. Du hast mehr Spielzeit als ich. Digga, ich bin Eisen 2. Eisen 2. Das ist wie Morsches Holz, Kupfer. Digga, ich habe mich den ganzen Tag auf League of Legends gefreut. Dann bannen sie Meisaha und Heimer, Digga. Was ist das für eine Arschaktion? Selbst wenn wir jetzt gewinnen, liegen wir in der Olympiade immer noch hinten. Checkst du das? Ja, ich weiß, ich weiß. Dann bannen sie Meisaha und Heimer, Digga. Boah, das wird hart, Digga. Ich gehe auf Tank, ne? Oder ein bisschen Lost Chapter mit Ability. Ich mache Tank, ne? Ja, ja, ich mache Tank. Wir werden erst mal verkacken. Das ist schon mal geil, dass du die Büsche checken kannst. Hey, ja. Aber ist Vega nicht noch so basierend auf der AP, die du hast, macht der Wichser Damage? Sauber. Zack, noch einmal rein. Da fängt es doch schon an. Mauka ist ein super Pick, guck mal. Ja, ja, Mauka ist ein super Pick. Zed ist auch ein super Pick. Ich werde gleich ein bisschen Magieresistenz bauen, dann können die nichts machen. Sehr gut. Kann sie nichts, kann sie, kann sie nichts machen. Die ist halt die Cage und dann hochgerufen. Du weißt, wo sie ist. Sie ist unsichtbar. Ja, ja. Sie ist unsichtbar, aber du weißt, wo sie ist. Ja, genau. Oh, super. Na, bin leider auch gestorben dafür. Was aber wert. Keine Mana mehr. Mach auf Item-Backports. Mach das so, wenn du sagst, du hast jetzt... Ich werde ein bisschen öfter sterben, weil ich auch ein paar Mal Kits machen werde. Können wir töten? Kannst du ran an sie? Ich glaube, wenn du da einfach einen Out-Tag machst, hast du sie. Und rollt. Können wir nichts machen, oder? Ich habe mich mehr getroffen. Oder hält die lange gedupen? Der Vega ist ja crazy, dass wenig Damage der macht. Ja, das ist verrückt, ne? Du kannst den Turm ein bisschen angreifen, ne? Ja, stimmt. Ich trade dich gegen. Ich trade dich gegen. Wieso kriegst du Damage? Ich habe die Eiche noch drin gehabt. Achso. Also, wenn du da kein Damage stimmst, kannst du den Turm wirklich angreifen. Ja, das stimmt. Du erst eine Warmox und dann Spirit Visage und dann ist vorbei. Dann Force of Nature. Oh, macht das super, Alter. Toll. Schönes Ding. Turm wegreißen. Ja. Wenn du nicht Executen kannst, wäre geil. Schaffst du das noch? Nee, ne? Doch, kann ich. Nimm das. Nimm das. In den nächsten Turm Execute mit. Wir warten auch kurz. Wir sind ja noch eine Weile tot. Ja, das Ding ist over. Oh, hingerichtet ist das doof, oder? Wir haben die outpicked. Wir haben sie einfach outdrafted. Ich kann mich die ganze Zeit angreifen. Wie geil. Das ist geil, ne? Ich werde gleich so voll heilen, wenn ich Warmox habe. Dann heilt es einfach rein, während er mich angreift. Wenn du engaged, können wir rein mit Ulti. Können beide. Probier's nicht mit dem Ste-Ball zu treffen. Dann starten wir uns noch sie. Großartig, großartig. Das Ding ist so over. Wahnsinn. Wir müssen es schaffen, dass die gebrochener sind, als wir bei Counter-Strike. Genau, genau, genau. Das habe ich auch gerade gedacht. Wir haben auch nur Piss, die gespielt. und nicht zurückgeschossen und mich mit dem Messer geholt. Ich würde sagen, wir holen den Turm gefühlt auch nicht hier. Lass den Turm an und ich nehmen. Lass dir noch ein paar Minions töten. Kevin ist richtig mad. Das ist super. Der macht alles daneben. Oh, das ist super. Du brichst ihn so hart, dass er gleich im nächsten Game sauer ist. Jibbi. Wie findest du das? Dass dann Maokai Full Tank reinchargt und dann einfach rausläuft, ohne Schaden vom Tod zu kassieren. Das ist ja genial. Bro, das macht ja kein Damage. Das ist ja großartig, ne? Das ist der Wahnsinn. Sie spammt auch richtige Fähigkeiten. Toll. Aber vielleicht ist Smart eine Träne zu kaufen für dich. Checkst du? Ja, aber ich habe jetzt auch wieder 3000 Gold gerade. Also ich war wirklich lange nicht back. Okay, wir töten jetzt beide und dann gehen wir beide sterben, okay? Ja. Das sollte der Plan sein, dass wir beide töten jetzt auf Shudan und uns dann exekuten. Holt, rollt. Das ist großartig. Das ist wirklich das Highlight. Auch wenn wir das Geld abgeben müssen, ist das, ähm... Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Weil da kommt eine Maokai-Ult, der du nicht ausweichen kannst. Ja? Und dann ist Full Tank, er macht null Damage an mir. Das ist ja großartig. Dafür würde ich, glaube ich, nochmal 100 Euro zahlen. Ja, ja, das lohnt sich. Du kannst auch in die Base laufen komplett, ne? Dann stirbst du schneller. Ich spawn jetzt und sterben an Dings. Wirklich, ich bin befreit, ich bin befreit von allem. Es ist so krass. Wir können jetzt jedes einzelne Spiel verlieren. Das gibt ein Alles. Musst du wieder reinholten? Ja, komm, abwarten. Guck mal, wie der Willkender läuft. Also das ist ja wirklich, das ist ja der Wahnsinn. Das ist toll. Ich teile mich an der Akali hoch. Also das ist das beste Game, das ich als ich je hatte. Das ist ja der Wahnsinn. Die Ult ist auch fies. Er kann halt nichts machen. Er läuft dann weg mit seinen kleinen Vega-Tipsel-Schritten und kommt nicht raus. Das ist so toll, dass der Vega geprägt hat. Ja, das ist so geil, den Vega zu verkloppen. Alle sagen, Kevin ist extrem sauer auf die Ult. Die sind so sauer, ist das geil. So, Matra, ich hab wieder Ult. Ich will nur zuschalt. Ich will nur dabei stehen und emoten, damit du bist disrespected, weißt du? Oh, ich bin aus dem Cage rausgekommen. Du, sie exhausten dich. Was soll das denn? Ich mach ja gar kein Damage. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin wieder geheilt. Ich hab meine Fähigkeit zum Heilen wieder. Ohohohoho. 600 Leben heile ich. Das ist geil. Ich bin wieder, guck mal wie ich heile. Ich bin wieder full life. Ich tank für dich. Schade. Lauf den Slow rein, das ist Mistvies. Oh, verkloppt, Alter. Rein, verkloppt. Wie emotet man? Wie macht man seine Emotes? Mit welcher Kassel? Willow hat auf seinen Tisch gehauen, als ich ihn gekillt habe. Oh, die kann ich bekommen und er frisst dann noch. Kevin beleidigt uns und seinen Chat. Er spielt Tank. Er spielt Tank, Weger. Guck mal hier, mit Sonjas. Also die bannen Malser-Hauenheimer-Dinger. Ja, dann fehlen sie so gefickt, Alter. Und dann ist das geil. Kann ich hier wieder hauen? Ja, wieder full life. Was siehst du das? Ich mach plus, ich mach plus, wenn sie ihre Attacken trefft. Guck mal. Guck mal, ich gehe da rein. So, jetzt stack meine Passive. Guck mal. Warte, warte, warte. Greif mich nochmal an. Ja, Weger, ich gehe in einen Stun rein. Ja, sehr gut. Zack, er trifft an seine Fieke. Guck mal, jetzt habe ich meinen Passive. Guck mal. Ja, ja. Jetzt steigt das Finger wieder full ein. Der Weger heilt mich. Ich lass sie mit meinem E ausbluten. Die Ult kommt. Guck dir die Warnlage. Nein, wäre so geil gewesen. Sorry, sorry, sorry. Oh, Mann, ey. Philo hat die C müssen rematch. Toll. Ja, komm. Wow. Wow. Also, Akali, Weger waren so crazy shitpicks. Das war unglaublich. Ich bin so dankbar für dieses Match gerade. Ja, ich auch. Max, ich bin so dankbar, das gerade mit dir erlebt zu haben. Ja, das war Wahnsinn. Das war eines der krasseste League of Legends Erfahrung aller Zeiten. Ja, das war das spaßigste, was ich hier gemacht habe. GG. Wollt ihr rematch? Ich wäre direkt nochmal drin, tatsächlich. Auf gar keinen Fall. Ihr bekommt jetzt die Punkte und weiter geht's. Leute, der BM am Ende war unnötig. Real Talk finde ich, ihr seid schlechte Gewinner. Real Talk. Ihr seid schlechte Verlierer und ihr seid schlechte Gewinner. Das ganze Counter-Strike-Match war unnötig. Das war doch jetzt genauso unnötig wie das, weißt du? Das hat fünf Minuten gedauert gerade, das TS-Match. Das hier war gezogen. Das hier war jetzt schon ein paar Minuten gedauert.